Die Brünette-Schönheit Der Girls-Aloud-Star fügte hinzu, es ging mir zu dieser Zeit nicht gut, daher konnte es nicht klappen. Aber es war nicht richtig von Simon, es mir nicht ins Gesicht zu sagen. Sie verriet, dass sie ihrer Wut Luft machte und Simon Cowell eine Textnachricht schrieb. Und in dieser stand... Autsch, Cheryl, sollte man besser nicht wütend machen. Untertitelung des ZDF, 2020